Ja, hallo Freunde, das ist mein Padrapport, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Ja, mal wieder eine flauschige E-Mail, kannst du auch schicken bei einformular auf libysche.de und heute geht es um Schicksalsschlag. Lieber Christian, ich bin ein Langtime-Konsumentin deiner Kurse, unter anderem Umprogrammierung des Liebeschips, Datingkurse für Frauen und führe seit zweieinhalb Jahren eine glückliche Beziehung. Ja, so will ich das doch hören, ne? Seit kurzem Ehe. Meine Frage bezieht sich darauf, wie man mit Rückschlägen bei der Entwicklung des Liebeschips umgeht, wenn Schicksalsschläge eintreten. Kurze Erklärung, mit Hilfe deiner Kurse konnte ich meinen eigenen toxischen Anteil als Plus-Bull bearbeiten. Ich war teilweise schwer zu ertragen, muss ich im Nachhinein zugeben. In meiner neuen, ja, das freut mich natürlich, ich mache die folgenden Kurse. In meiner neuen Beziehung, Ehe, habe ich mich bisher auch aufgrund des guten Matches bisher recht gut in der Mitte halten können. Leider hatte ich vor einigen Monaten einen Schicksalsschlag, eine Fehlgeburt. Und du darfst das gerne auch vorlesen, denn das Thema wird immer noch totgeschwiegen, obwohl es so viele Frauen betrifft. Ja, also tut mir total leid erstmal für dich. Also, ja. Seitdem merke ich, dass ich teilweise wieder in alte, toxische, Plus-Bull-artige Verhaltensweisen zurückfalle. Zum Beispiel Kritisieren des Partners, Meckern und so weiter. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass wir alle haben sozusagen eine konstruktive, wir haben eine instruktive Seite. Und die kann, also die kriegst du aus jedem rauskitzeln, du musst nur den Stress hoch genug fahren. Also, und eigentlich ganz viel Beratung zielt aus meiner Sicht eigentlich darauf ab, diese Schwelle, wo diese, ja, also das sind ja so Kampf- oder Fluchtprogramme. Also, also wenn ich nur genug Stress habe, dann fange ich an, so ganz unflexibel und schematisch zu agieren, nur so über Lebensprogramme. Und viel Beratung und so weiter, was man da so machen kann, hat eigentlich, soll die Wirkung haben oder hat die Wirkung, dass diese Schwelle, wo ich diese destruktive Muster fördere, dass das erhöht wird, so, ne. Also jetzt Beratung im weitesten Sinne, ne. Und, ja, und das erarbeitet man sich dann so. Aber das heißt jetzt nicht, dass, ja, das könnte man aus mir auch rauskriegen, wenn ich so genug Scheiße erlebe. Dann würde ich auch wieder, ja, Sachen machen, die man, die ich vielleicht überwunden habe. Das ist normal, also nicht umsonst, ähm, immer mal so neun-Schritte-Programme, so in der Sucht, äh, zwölf-Schritte-Programme in der Suchttherapie, anonyme Alkoholiker und so, deswegen bleiben die oft in diesen Gruppen, weil, weil die wissen, wenn da Schicksalsschläge kommen, kann man wieder leicht, äh, zurückfallen in Sachen, die du eigentlich längst überwunden hast. Und dann brauchst du die anderen dann in diesem Moment wieder. Ja, und, äh, das ist jetzt hier das Gleiche, ne. Die Frage ist jetzt, wie kriegst du diese Schwelle wieder zurück? Also du warst ja schon mal da am guten Punkt, da kannst du dann natürlich auch wieder hinkommen. Aber natürlich will dieses Thema jetzt, äh, verarbeitet werden. Und, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ne. Also du könntest dich natürlich in irgendeine Gruppe wenden, eine Beratungsstelle, ähm, könntest, auch da ist ein Sommerfall, könnte ich mir auch Paartherapie vorstellen. Ist ja auch ein gutes Tool, um diese Schwelle zu erhöhen, so. Ähm, und ein Stück weit, äh, ist auch immer Akzeptanz wichtig, ne. Also jetzt zu akzeptieren, ja. Und auch, dass dein Partner, äh, sieht, ey, das ist jetzt wirklich so ein, ja, blödes Lebensereignis. Ähm, ja, dann ist hier halt mal nicht gut drauf, ohne Frau und so. Ähm, trotzdem wäre es natürlich gut, ähm, dass du auch du weiter, ja, äh, ja, also klar muss man sich jetzt mal eine Zeit nehmen, das irgendwie erstmal zu fassen, zu verarbeiten. Aber dass du dann auch wieder guckst, hey, was will ich denn eigentlich sagen, ne, wenn ich meckere und kritisiere, was will ich denn eigentlich sagen, will ich nicht vielleicht sagen, ich bin überfordert, kannst du dich mal im Arm nehmen, mir geht's nicht gut. Also da diese, von diesen sekundären Sachen, die dein Partner so abkriegt, wieder auf das kommen, was davor ist, das wäre so das Ziel. Ich weiß es gar nicht, in welchem Kurs hatte ich das denn? Ist auf jeden Fall in meinem Paarkurs drin, glaube ich. Ich habe ja auch so einen Kurs für Paare, da muss man oben eigentlich erst so auf Paartherapie gehen, auf Liebeschipp und dann kommt man da so drauf. Der ist nicht auf der normalen Kursseite. Ähm, ja, den könnte ich dir auch, glaube ich, empfehlen da. Äh, da ja meine Frage, wie sich Schicksalsschläge auf den Liebeschipp auswirken. Naja, wie wirken sich Schicksalsschläge auf dein, ähm, ja, auf dein Vermögen aus, mit Alltagsstress umzugehen. Ja, das passiert dann halt, dass man das mal eine Zeit lang nicht mehr so gut kann, ne. Das heißt jetzt aber nicht, dass dein Liebeschipp jetzt groß anders wäre oder so, ne. Äh, und wie man am besten wieder daran arbeiten kann. Jedenfalls wiederholen deiner Kurs, ja, ich behalte ja die Kurse in euren Account. Äh, solange das irgendwie möglich ist, ähm, um das auch immer wieder zu machen. Das machen auch viele, die Kurse immer wieder. Man hat ja vielleicht nochmal wieder Liebeskummer und ich weiß nicht was. Und nochmal eben wieder Modul 0. Also du kennst da natürlich schon, kannst aber trotzdem nochmal machen. Ähm, kannst ja mal gucken. Äh, weiß jetzt nicht, ob das dann so die Kurse wären. Ich würde, glaube ich, das ein paar Kurse mal machen. Ja, genau. Beste Grüße aus Deutschland, schönster Stadt, welche das wohl ist. Tja, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020